Herzlich Willkommen bei MaulTV. Wir melden uns zurück nach der doch etwas längeren Corona-Pause. Hat uns ja leider alle ein wenig aus der Bahn geworfen. Nichtsdestotrotz muss es ja weitergehen. Das tut es auch bei uns eigentlich schon die ganze Zeit. Und wir wollen euch pünktlich zum Ferienstart unsere neuen Sommerhalsländer präsentieren. Jetzt in den nächsten Wochen. Das Ganze ist begleitet durch eine Aktion über die nächsten vier bis fünf Wochen, nennt sich Hello Summer, wo ihr schöne Angebote bekommen werdet zu allen unseren sommerlichen Halsbandkreationen, Leinenkreationen, aber auch Hundebetten. Ich freue mich, dass wir heute starten. Und ja, hoffe, dass ihr da das eine oder andere findet, was euch gefällt.